bullet train geiler action film ist unbedingt anschauen da plan war ich anders eigentlich wollte ich sagen also dieser neue action film mit brad pitt der in einem zug spielt schauen wir mal ob das was wird und dann wollte ich einen tiefen schluck aus der tasse nehmen und euch anfangen ein bisschen was über die schauspieler über ein teil der trailer und ein bisschen über die handlung zu erzählen also sowas in der art ja es fängt damit an dass ein berufskiller mehr oder weniger komische erlebnis auf dem bahnhof hat und den zug einsteigt und einen auftrag kriegt und dass da ein paar andere typen mit dem zug ein bisschen komisch drauf sind und es ist alles quatsch interessiert alles kursau weil am ende des films ging es mir so und wenn er dem kanal bis länger folgt ihr wisst ja ich bin ja wie der amerikaner sagt ein bisschen so nitpicking ich hasse ja inkonsistenzen filmen ich hasse ja logik fehler und so was ist ganz furchtbar und damit meine jetzt kontinuier die fehler ich komme jetzt gerade vom thema ab mache ich auch gerne also kontinuier die fehler ist was bei sich wenn an in eine eine szene links am auto der spiegel abgefahren ist in der nächsten rechts das ist nicht schlimm aber schlimm ist wenn die logik gebrochen wird so ich habe die theorie dass ein guter actionfilm der rasant inszeniert ist der irgendwie eine story hat der man vom grundzug folgen kann der sich entweder brutal ernst nimmt und dann in dieser spur bleibt und das gut realisiert oder sich überhaupt nicht ernst nimmt also dass so ein film dann bei den logik fehlern gerne mal ein paar abkürzungen nehmen darf und jetzt komme ich zurück zu bullet train ich habe mich dabei erwischt dass ich mir gedacht habe so geil um was geht es ja eigentlich ist aber geil warum ich habe mir nachgeguckt wer da regie geführt hat und david leech kennen wir von fast and furious deadpool atomic blond john wick und nobody muss ich noch was dazu sagen also eigentlich nicht weil ganz genau so ist dieser film man könnte jetzt noch sagen naja hat ein hauch von pulp fiction mit rein gemischt und ein bisschen was von jackie chan also jedenfalls auf der humor seite dann mischte das ganze mit endlos vielen pop kultur anspielungen die ich sicher nicht verstanden habe alle mit einem ja nennen wir es mal heize ironischen sichtweise der japanischen kultur weil das ding spielt ja in einem bullet train also japanischer hintergrund und wenn euch das abstrus vorkommt solltet ihr film nicht gucken sowieso wenn ihr bei pulp fiction die nase rümpft sollte diesen film nicht gucken das heißt nicht dass diese filme wirklich was miteinander zu tun haben das wäre jetzt ein spoiler und ich bleibe spoiler frei aber so assoziation also wenn ihr den also man schaut sie andere mal weg also wir haben die nachschock sehen gell aber doch also die an der stelle da könnte man ja schon kurz mal genau genau an der stelle könnte man ja an pulp fiction denken er hat einen brutal ich sollte sagen er brutalen humor brutal guten humor brutal übertriebenen humor brutal kitschigen humor alles zusammen er hat geil gemachte szenen geile animation und manchmal szenen wo man sich denkt fucking crazy also in der hinsicht das klappt doch nicht im ernst also damit durchkommt dass wir euch das glauben und stört niemand das stört überhaupt nicht es ist natürlich ist quatsch von vorn bis hinten und das ist ein film den ich jetzt zweimal dreimal gesehen habe und immer noch genieße und jetzt beim dritten mal erst mal über die handlung anfangen nachzudenken ja ich bin da komisch oberflächlich unerwartet vielleicht für einige von euch die meinen anderen kanälen folgen wenn es mich so richtig rein zieht doch also genau warum wieso weshalb mir wurscht und der film ist ein widerspruch zu meiner theorie was einen guten actionfilm ausmacht ich sagte ja es ist am besten wenn du eine figur hast der du von a nach b von mir aus mal über dieses üblich über die katharsis und dieses zweifeln an sich bla 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 also über wenn du diese figur über diesen punkt rüber folgst von mir aus aber man möchte ich immer wissen warum will dieser mclean diese terroristen also weil sie terroristen damit ist es klar also in dem fall ist das setting klar und damit auch weiß jeder was passieren soll in diesem film es müsste jetzt arg spoilern aber ich sag mal spoiler frei funktioniert das nicht mehr also diese annahme funktioniert nicht ja da müssten wir jetzt mehr im detail durch richtig warum aber man kann so viel sagen es gibt mehrere protagonisten und die sache mit gut und böse die ist ein bisschen schwierig also das zu definieren ist etwas schwierig okay ich belasse es mal dabei habe ich euch versprochen es wird ein quickie aber heute ist es mal ein quickie geworden ich habe bullet train so sehr genossen ich weiß dass viele von euch die nicht mögen werden aber das macht nichts ab und zu darf man auch einfach mal hirnlos spaß haben bis zum nächsten video servus